Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zum Video, danke sehr herzlich willkommen. Ich hatte im Olli-Kanal gestern Abend bereits darüber berichtet, wir werden heute über dieses Thema hier sprechen. Das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr wichtiges Thema, das uns in Deutschland komplett alle betrifft, denn es ist der Bundeskanzler, um den es einfach geht, hier in der Position. Und es ist jetzt in ein paar verschiedenen Tageszeitungen erschienen vor ein paar Tagen und so heißt es hier im Spiegel beispielsweise, kam Ex-Affäre um Warburg Bank, Strafanzeige gegen Kanzler Scholz und Bürgermeister Tschentscher. Der bekannte Anwalt Gerhard Strate erhebt schwere Vorwürfe gegen Kanzler Scholz und Hamburgs Bürgermeister Tschentscher. Im Zusammenhang mit trügerischen Aktiengeschäften seien sie zu Komplizen der Täter geworden, so die Aussage oder die Anschuldigung des Anwaltes. Interessant dabei ist, warum passiert das nicht auf den Titelseiten? Da sucht man diese Nachricht vergebens, weil es ist doch unser Bundeskanzler. Nein, der Spiegel denkt, das passt hier in den Bereich Panorama und auch die Welt macht es nicht besser. Die Welt hat es im Bereich Regionales unter Hamburg einsortiert. Und da merkt man doch, wie ich persönlich das empfinde, ihr könnt ja eure Wahrnehmung erinnern und reinschreiben, man möchte das Thema klein halten. Man möchte nicht, dass das Thema auf den Titelseiten ist, wo es meiner Meinung nach hingehört, weil es hier nochmal um einen Bundeskanzler geht und nicht um einen Regional-Hamburg-Kanzler oder sonstiges. Also das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Und wir gehen jetzt ja inhaltlich ein bisschen darauf ein. Und so heißt es nämlich hier, In Hamburg soll ein Untersuchungsausschuss klären, ob es politische Einflussnahme auf die steuerliche Behandlung der in den Kamm-Ex-Skandal verwickelten Warburg-Bank gab. Der renommierte Strafrechtler Gerhard Strate hat da keine Zweifel und erstattet Anzeige. Und das ist der Anwalt, wie gesagt, der jetzt hier die Anzeige gestellt hat. Und dann heißt es nämlich hier weiterhin, mit der in den Kamm-Ex-Skandal verstrickten Warburg-Bank Strafanzeige gestellt gegen den Bundeskanzler und früheren Hamburger Bürgermeister, also nämlich das noch war, Olaf Scholz, die Anzeige richtet sich zudem gegen den Nachfolger von Scholz im Rathaus, den früheren Finanzsenator Peter Tschentscher. Und ganz konkret wirft der Anwalt nämlich hier vor, den beiden SPD-Politikern, Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Scholz darüber hinaus auch falsche uneindliche Aussage. Die Staatsanwaltschaft bestätigte bereits den Eingang, heißt es. Ja, ganz interessant, die Reaktion von Scholz bzw. hier dem Regierungssprecher Wolfgang Büchner ist am Freitag relativ entspannt, ganz interessant. Heißt nämlich, Scholz habe sich zum Sachverhalt wiederholt und umfassend geäußert. Über das Umfassen kann man sich wirklich weglachen, denn ich rufe hier nochmal auf einen Artikel vom Mai letzten Jahres. Zitat, ich habe ein reines Gewissen beteuert, Scholz. Und dann heißt es nämlich hier weiterhin, Abgeordnete bescheinigen ihm ein phänomenale Erinnerungslücken. Das kannst du dir noch nicht mehr ausdenken, dass hier ein Bundeskanzler, vielleicht leidet er an Anamnesie. Ich weiß es nicht zu beurteilen, ich bin kein Arzt, aber es hat einfach einen sehr, sehr negativen Beigeschmack. Wenn hier Äußerungen getroffen werden, man könne sich nicht mehr erinnern, ob man sich mit dem oder dem getroffen habe, finde ich das schon sehr, sehr fatal. Und weiterhin heißt es hier, insofern sehe der Kanzler allem weiteren gelassen entgegen. Scholz wie auch Tschentscher haben den Verdacht, Einfluss auf die steuerliche Behandlung der Warburg-Bank genommen zu haben, stets zurückgewiesen. Ja, und bereits vor Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft wurden hier eingestellt, mangels Tatverdacht. Nach dem Eingang der neuen Anzeige werden nun geprüft, ob sich aus dieser strafrelevanten neuen Erkenntnis ergeben werden. Und das war nämlich die Nachricht hier vom Dezember letzten Jahres, hatte ich ja auch darüber berichtet. Staatsanwaltschaft führte 18 Monate vor Ermittlungen gegen Olaf Scholz wegen der Vorwurfsuntreue und so weiter. Aber das Ganze, wie gesagt, im Dezember eingestellt worden. Ja, und weiterhin heißt es dann hier von dem Anwalt in seinem 40-seitigen Streiben, dass die Hamburger Finanzverwaltung 2016 aufgrund bereits vorliegenden Erkenntnissen über Kamex-Geschäfte der Warburg-Bank nicht hätte auf eine Rückforderung von zu Unrecht erstatteten Kapitalertragssteuern verzichten dürfen. Der mit Billigung des damaligen Finanzsenators Tschentscher vorgenommene Verzicht war nicht etwa eine knallharte Rechtsentscheidung, so schreibt er, sondern ein Willkürakt strafrechtlich als Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu bewerten, schreibt der 71-Jährige. So heißt es nämlich hier. Also Leute, da ist sehr, sehr viel im Argen. Da ist meiner persönlichen Auffassung nach vieles nicht geklärt. Viele Fragen, die einfach im Raum stehen und die definitiv beantwortet werden müssen. Denn weiterhin heißt es dann auch noch von dem Anwalt, dem früheren Bürgermeister Scholz, wirft der Strafreichler vor, im vergangenen Jahr vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburgerischen Bürgerschaft zum Kamex-Kandal nicht die Wahrheit gesagt zu haben, als er angab, sich nicht mehr an Treffen mit den Eigentümern der Bank, Christian Olearius und Max Warburg in den Jahren 2016 und 2017 erinnern zu können. Das ist nicht ansatzweise glaubhaft. Und man muss doch wirklich dazu sagen, es kann doch nicht sein, dass ein Bundeskanzler sich fünf Jahre nicht zurückerinnern kann, mit wem er sich da getroffen hat. Und das wird doch eigentlich auch im Terminkalender irgendwo festgehalten. Also ich für meinen Teil habe einen Terminkalender, der gepflegt ist, wo meine Termine drinstehen und alles. Und spätestens über E-Mails könnte ich auch nachvollziehen, wann ich einen Termin ausgemacht habe, um mich mit Person X, Geschäftspartner, sonst wem zu treffen. Das wäre jetzt für mich ein leichtes, das nachzuvollziehen. Und genauso, das habe ich auch letztes Jahr schon mal gesagt, ich möchte keinen Bundeskanzler, der solche Erinnerungslücken hat. Weil, weiß ich denn, was er jetzt, ob er sich noch daran erinnern kann, was er vor kurzem gerade mit Putin besprochen hat, was da für Abmachungen getroffen wurden? Da graut es mir einfach vor, wenn er sich daran nicht mehr erinnern kann. Das hat doch wirkliche Konsequenzen im schlimmsten Falle. Oder sehe ich das falsch? Ganz interessanter Kommentar und ich bin kein Jurist, ich kann das nicht beurteilen, aber ich finde den Gedankengang, den Verum Amicus hier in den Kommentaren auf jeden Fall schreibt, zwei Anmerkungen. Erstens, traurig ist, dass dieser Artikel lediglich, jedenfalls bis jetzt, in dem Regionalteil dieser Zeitung erscheint. Soweit mir bekannt ist, ist Herr Scholz Bundeskanzler. Gleiche Kritik, die ich auch geäußert habe. Zweitens, ganz ohne Betrachtung in dem Regionalartikel bleibt folgende Tatsache. Stratis Strafanzeige gegen Olaf Scholz und Peter Tschentscher bringt dies in folgende Bedrohlie. Beide haben immer beteuert, keinen Einfluss auf die 47 Millionen Euro Entscheidung zugunsten der Warburg-Bank genommen zu haben. In der Hamburgerischen Verfassung steht allerdings, dass Scholz und Tschentscher als Dienst- und Fachaufsicht das aber hätten tun müssen, um Schaden von Hamburg abzuwenden. Schaden in Höhe von 47 Millionen, die der Bürger zu tragen hat in Hamburg. Daraus folgt, entweder sie haben Einfluss genommen und die Ansprüche verjähren lassen, oder sie haben nichts dagegen unternommen. Beides ist fatal, weil Straf bewährt. Warum muss das ein Leser herausarbeiten? Und das ist wirklich brillant, was der Mann hier schreibt. Das ist wirklich die Kritik, die man an dieser Stelle äußern muss. Aber jetzt schreibt ihr mal eure Meinung dazu unten rein. Was wird da passieren? Was glaubt ihr, was ist damals da passiert? Vor Gericht sind alle Leute gleich, manche sind gleicher. Wir kennen das mittlerweile. Als nächstes gucken wir uns mal den Bereich wieder kryptomäßig an und hier im speziellen NFTs. Und NFTs sind in aller Munde, sei es im Positiven, dass man sagt, ja gut, das ist eine interessante Geldanlage. Das finde ich einfach cool, weil es Kunst ist, möchte mir das als mein Eigen bezeichnen können. Oder aber auch, weil es ein ganz aktuelles Thema ist. Und dann gibt es aber auch den nächsten Part daneben, wo mittlerweile kritische Stimmen dazu aufkommen und schon Verbote danach aufrufen bezüglich CO2-Stoß durch NFTs und dass man es doch verbieten sollte. Und ich bin absolut nicht für Verbote. Das solltet ihr mittlerweile wissen. Und jetzt gucken wir uns bei diesem BTC Echo Artikel hier mal im Detail an, wie sehen denn verschiedene NFT-Projekte aus, sodass was stoßen sie oder wie viel CO2 verursachen diese. Und an erster Stelle ist zumindest laut dieser Errechnung, die es jetzt hier gibt, vom NFT-Club ist das Ganze gemacht worden, sind die Crypto-Kitties. Das sind diese hier. Das sind jetzt einfach so ein paar lustig daherguckende Kätzchen mit einem Schwert und sonst was. Das kann man jetzt toll finden oder als Kindergarten bezeichnen. Das mag jeder selber für sich beurteilen. Es gibt auch Leute, die beurteilen manch andere Kunst, schöne gemalte Bilder als nicht passend oder sonst was und so weiter. Egal. Wir gucken ja nur auf diese Fakten, die jetzt hier vorliegen. Zumindest laut dieser Berechnung. Das muss man schon mal direkt vorweg sagen. Weil wenn man hier eine andere Berechnung des Strommixes für diesen CO2-Verursachung zugrunde zieht, kommt was ganz anderes bei raus. Das muss man fair dazu sagen. Und die Crypto-Kitties verursachen 240.000 Kilogramm CO2. Das bedeutet, wenn man das Ganze hier in Bäumen wieder ausgleichen wollen würde, müsste man dazu vier Millionen Bäume pflanzen. Das klingt natürlich exorbitant viel hoch. Sehr, sehr viel. Allerdings, wenn man das in Relation setzt, wie viele Bäume haben wir eigentlich auf diesem Planeten? War mir ehrlich gesagt auch nicht bekannt. Wir haben circa rund drei Billionen Bäume auf der Welt. Und wenn man das jetzt zu den vier Millionen Bäumen ins Verhältnis setzt, entsprechen diese Crypto-Kitties hier gerade mal, ohne das jetzt zu relativieren, und endlich jetzt circa 0,1 Prozent überhaupt. Und das muss man ja wirklich erstmal hier ins Verhältnis setzen, wie ich finde. Das sollte man nicht vergessen. Aber wir merken halt einfach, es geht wieder klipp und klar darum, eine Technologie, die neu ist, die manch einer nicht mag, die manch einer nicht versteht, der andere irgendwie nicht akzeptiert, warum auch immer, aus welchen Gründen auch immer. In diesem Sinne, ihr habt ja gemerkt, es ging heute sehr, sehr stark um dieses Thema bezüglich dem Cum-Ex-Skandal, weil ich den ganz, ganz wichtig finde. Nichtsdestotrotz noch ein bisschen hier aus dem NFT-Bereich noch dazu. Lasst uns über beides diskutieren. Ich denke, das erste Thema wird die Kommentare ordentlich dominieren. Fände ich auch gut so. Dementsprechend schreibt auch mal unten rein. Daumen hoch fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr neu seid. Unbedingt nicht vergessen. Bis zum nächsten. Danke und ciao. Bis zum nächsten Mal.